Sie sind hier der Außenseiter, aber nur auf dem Papier, Wolf. Klasse wie die spielen. Da hat er Glück beim Abschluss. Ja, der Ball hat den Fasten noch berührt. Alexis mit dem tollen Steilpass. Das könnte ein Sein. Und da ist das Tor. Ja, nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flammensetzt. Jo, Chancen hatten Sie heute. Einige. Insofern der Treffer ist folgerichtig. Sie zeigen heute insgesamt einfach die bessere Leistung. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen Sie konsequenter spielen. Das sieht gut aus. Der muss reingehen. Was für eine Gelegenheit. Lacassette. Lacassette, was für Schreifers. Özil mit der Riesenchance. Riesenchance für Giroud. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Er weiß natürlich auch, was hier auf dem Spiel steht. Vielleicht auch deshalb kein guter Abschluss. Danny Mourabek. Olivier Giroud. Der Ball im Tor. Und das wird jetzt ganz schwer für Sie. So kurz vor Schluss, das Tor zu kassieren ist bitter. Olivier Giroud. Und der geht flach ein. Da war nicht viel zu halten. Aus der Distanz war es leicht für ihn, das Tor zu machen. Aber. Du bist sehr!